Hier Ró, oder wie das heißt, kleine Ortschaft in polnisch verwalteten Gebieten. Hier sieht ja aus wie zu Hause, praktisch. Da bei uns zu Hause hält, sind ja auch so alle Hand reingezogen. Da sieht das ein ähnlich aus. Wie bei Hempels unter dem Sofa. Na ja, wollen wir nicht so genau sagen, wer das war. Aber der hat immer so eine Straße nicht gefehlt. So, und er stellt sich auf den Wald. Das ist ein Parker. Ich sage den Spruch auf. So, hier. Ich sage doch mal was an. Das ist ein tolles Gebäude. Ein bisschen bei der Farben auch, das war Woff. Das war Woff. Das war Woff.